In der C-Reihe der 380. Wahl stellen wir Ihnen die Berliner Künstlerin Brigitte Waldach vor. Brigitte Waldach ist Jahrgang 1966. Sie hat neben der freien Kunst auch Germanistik studiert und verbindet in ihren künstlerischen Arbeiten, man könnte fast sagen folgerichtig, immer eine Bildebene mit einer Textebene, wobei diese beiden Ebenen inhaltlich ganz eng zusammenhängen. Wer hat sie zu unserer Serie inspiriert? Die Serie ist dem US-amerikanischen Konzeptkünstler und Komponisten John Cage gewidmet, mit dem sich Brigitte Waldach schon seit Jahren künstlerisch auseinandersetzt. Er ist in den Motiven als Figur zu sehen, aber auch ein konkreter Text von John Cage liegt ihren Bildern hier zugrunde. Es ist der Text 45 Minuten für einen Sprecher aus dem Jahr 1954 und das Interessante an diesem Text ist, dass neben Sprache dort auch Aufforderungen an den Sprecher integriert sind, Geräusche zu machen oder eine Geste zu machen. Man findet zum Beispiel sehr präsent notiert, Nase und Ohren berühren, schnalzen. Und diese Aufforderungen, eine Handlung zu machen, sind auf der Horizontalen eingetragen, zusammen mit der voranschreitenden Minutenzahl. Und auf der Vertikalen hat Brigitte Walder handschriftlich den restlichen Text notiert, so dass das Ganze wie ein Koordinatensystem wirkt, das den Sprecher mal umschließt, wie ein Gefängnis auch vielleicht einengt, aber mal ist es auch wie eine Wolke, die ihn parallel umkreist. Und ich finde diese Art des Notats erinnert auch an eine Amplitude, wie sie ja auftritt, wenn man Ton aufzeichnet oder Musik. Und auch damit hat sie ja ein weiteres Bild geschaffen, um sozusagen diese musikalische Auseinandersetzung John Cage oder auch mit John Cage in ein Bild zu übersetzen. Und welche Struktur liegt unserer Serie zugrunde? Sie hat die Motive eigentlich wie Diptychen konzipiert, dass immer zwei Motive zusammengehören, nämlich einmal der Künstler in der Wolke und einmal neben den Textbändern. Sie hat dieses Motiv aber auch farblich variiert und indem sie es quasi in neue Farbräume übersetzt hat. Also es gehören immer zwei zusammen, aber alle sechs variieren eben diese zentralen Themen auch von John Cage Raum und Stille auch farblich. Und welcher Technik bedient sie sich, um diese Variationen darzustellen? Genau, das war quasi nur im Siebdruck möglich. Sie hat also quasi mit sechs Farben und sechs verschiedenen Sieben gearbeitet und sie konnte eben, jede Farbe ist von Hand angerührt und von Hand ausprobiert worden, damit sich auch eben diese unterschiedliche Farbwirkung ergeben konnte und diese unterschiedliche Betonung von Worten und Bildmomenten war nur so möglich. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen und danken dem Drucker Martin Samuel, der diese sehr opulente und sehr aufwendig zu druckende Siebdruckserie für uns realisiert hat, wie schon viele andere Serien in der Vergangenheit. Aber an dieser Stelle eben einen herzlichen Dank dafür.